Bei uns ist unser Cheftrainer Christian Tietz. Christian, nach dem 3 zu 4 beim FC Schalke 04 gab es jetzt die ersten Auswertungen. Was war denn eure Erkenntnis so nach dem Spiel? Ja, die war eigentlich schon ziemlich identisch mit dem, was wir nach dem Spiel empfunden haben, dass es ein Spieltag war, wo wir für uns so ein Stück weg etwas liegen lassen haben und nicht nur über 30, 33 Minuten, sondern bis auf fünf Minuten in der in der ersten Halbzeit haben wir es und die erste Halbzeit ginge weit über fünf Minuten, haben wir es dann auch danach gut kontrolliert, haben aber leider dann nach dem Gegentor, als wir aus der Kabine rauskamen, unsere Klarheit im Spiel nach vorne und vor allen Dingen dann auch dieses konsequente nachverteidigen, wenn wir auch mal einen Fehlpass haben oder auch mal einen Ball verlieren, dass wir da konsequenter drin sind, dass wir das wissen, dass wir da wieder darauf achten, aber wir wissen auch, dass wir bei alledem, was wir das Spiel verloren haben, trotzdem auch viele Dinge richtig gut gemacht haben. Ist das dann jetzt auch der Schwerpunktansatz in den kommenden Tagen oder ist es nur ein partielles Thema, weil es im Prinzip eh immer ein Thema so ist, dass es allumfassend trainiert wird? Das ist bei uns grundsätzlich ein Thema, dass wir die Dinge trainieren. Diesmal war es ja, kommt ja dann, wie ein Tor halt, Felsi wird es ja auch letztendlich von außen rein transportiert. Diesmal war es ja kein Tor aus einer Standardsituation, von außen einer Eingabe, sondern diesmal waren es wirklich, das muss man leider so sagen, waren die Tore, waren wir, ich benutze es sehr ungern, weil ich weiß, wenn wir Tore erzielen, ist auch oftmals ein individuelles Gegner mit drin. Aber in dem Spiel war es so, dass ich finde, dass wir schon sehr stark selbst dazu beigetragen haben. Und da sind wir mit den Jungs rein, das haben wir aufgezeigt und ich glaube, das ist auch jedem klar, dass das an dem Tag so war. Da weiß ich aber auch, dass wir da stark genug sind, dass wir das jetzt wieder auch anders gestalten. Jetzt am Freitag geht es direkt weiter bei uns in der MDCC Arena. Wieder geht das Flutlicht an, Gegner aus der SC Paderborn. Wie erwartest du den kommenden Gegner? Ja, grundsätzlich, wenn man die Spiele sieht, ist Paderborn eine sehr spielstarke Mannschaft und eine sehr variabel, auch dieses taktische Spiel in verschiedenen Systemen. Und auch eine Mannschaft, die auch jetzt am letzten Spieltag wieder gezeigt hat, dass du gerade beim Umschaltspiel, auch beim Spiel mit dem Ball aufpassen musst, wenn sie umschalten. Und sie haben zum Beispiel Celot Conte in ihrer letzten Reihe drin, wissen wir, dass wir insgesamt auf die schnellen Spieler auf der letzten Linie achten müssen. Aber es ist auch ein Spiel, was wir hier zu Hause gestalten in unserem Stadion. Es ist auch ein Spiel, was wir in dem Selbstverständnis, was wir die letzten Wochen gespielt haben, auch wieder mit rein transportieren wollen. Die Art, wie wir den Gegner, so wie wir es auch in großen Teilen dann in Schalke gemacht haben, wie wir den Gegner anlaufen wollen, wie wir uns die Bälle erobern wollen, aber auch wie wir vor allen Dingen mit unserem eigenen Ballspiel gestalten wollen. Ja, du hast Celot Conte gerade schon angesprochen. Es ist ein besonderes Spiel insofern auch, als dass auch Rafa Obermeier und Tobi Müller zurückkehren an die alte Wirkungsstätte. Beide jetzt zudem mit Celot Conte noch in Paderborn. Ist es dann eher ein Vorteil sogar, weil man genau weiß, wie sie spielen? Tut mir jetzt leid für die drei, aber zwei von ihnen haben nicht begonnen gehabt. Aber wir wissen, dass alles drei gute Spieler sind und die, die auch Qualitäten haben. Aber wir haben uns auch diesen Gegner vorbereitet. Wir wissen um die Mannschaft und letztendlich ist es ein Spiel, wo auch vieles, wie es eigentlich auch fast immer in den Spiel ist, hängt es ja von dir ein Stück weg ab. Wie gestaltest du das Spiel? Also wir sind eine gute Mannschaft, die fußballerische Qualität drin hat, aber auch eine Mannschaft, wo wir für uns Ansätze sehen, dass wir es erfolgreich gestalten können. Ja, es wird wieder so sein. Das Stadion wird wieder sehr voll sein. Der Heimbereich ist ähnlich voll wie auch beim Heimspiel gegen Hertha. Es ist jetzt einfach auch so, dass es so ein bisschen unabhängig von diesen Highlight-Spielen für die Zuschauer vielleicht einfach so ist, dass die Zuschauer das auch honorieren, was in der Saison bisher gespielt wird? Also nach dem Samstagsspiel habe ich sogar den Eindruck, da kann ich sagen, dass danach viele Leute kamen, die eher von der Art, wie das Spiel war, positiv waren. Aber da sind wir schon auch Fußballer genug und wissen, dass wir uns geärgert haben und das war für uns jetzt im Team bei den Spielen beim Drehen nicht der Ansatz. Wir haben uns darüber geärgert, dass wir das Spiel letztendlich da noch hergegeben haben. Aber es ist natürlich schön, dass die Leute momentan so hinter uns stehen, dass sie sich auch mitgenommen fühlen in der Art, wie wir spielen. Und wir wissen, dass das nicht selbstverständlich ist. Wir wissen auch, dass das schwer ist, Woche für Woche eine gewisse Leistung auf den Platz zu bringen. Deswegen macht es ja auch hier so ungemein wichtig und auch ungemein wertvoll, wie die Menschen hier uns unterstützen und wie sie dir auch in Phasen dich dann wieder nach vorne peitschen. Kann man das Beispiel auch bringen, wie wir dann das 2-2 bekommen haben? In Gelsenkirchen, wie die Zuschauer frenetisch die Mannschaft nach vorne getrieben haben. Und es zeigt auch, dass das das Spielern einen Aufwind gibt, das ihnen hilft. Wir dann auch direkt mit dem 3-2 zurück haben. Auch das wünschen wir uns natürlich jetzt dann am Freitag im Heimspiel gegen Paderborn. Erstmal vielen Dank Trainer und natürlich weiter gute Vorbereitungen. Danke euch auch noch eine gute Woche.